Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr bei YouTube keine Werbung mehr habt oder das Zeit beheben könnt. Zunächst einmal geht ihr auf Safari, drückt auf die Suchleiste und sucht nach Adblocker iPhone. Dann geht ihr auf den ersten Link und könnt schon sehen, blockieren Sie Werbung auf Ihrem iPhone. YouTube-Werung blockieren kostenfrei. Darauf müsst ihr euch dann hier einmal anmelden und dann hat das alles funktioniert. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und würde mich bei einem Like und einem Abo freuen. Bis zum nächsten Mal.